Hallo Leute, Maffi und wir spielen weiter mit Darkness 2. Muss ich eigentlich lang? Da. Ich will aber noch nicht. Hui. Nur mal so aus Interesse. Wo? Ach, hier hinten. Okay. Man hätte also rein theoretisch raufschießen können, wenn man gewusst hätte, wo es ist. Interessant. Dann lass uns mal hier rein. Muss ich da hoch? Ich hab ein schlechtes Gefühl da mal. Uh, Schopp. Ich hab keine Lust. Ach, nöööö. Ich hab keine Lust. Oh, oh, oh. Komm ich da? Ja, ich glaub ich bin noch dran gekommen. Achso, du bist wieder so eine. Aber, wir wollen ja nicht feuerlich sein. Nicht klar? Und uns hier noch ein klein wenig umschauen. Gut da dann. Das ist mir hier grad etwas zu viel Licht eigentlich gemacht. Das ist mir hier grad etwas zu viel Licht eigentlich gemacht. Ja. Ach, da ist noch einer, oder? Ach, da ist noch einer, oder? Was? Verlauten komm mich schon, ne? Ja. Oh, schaut mal in den Arm, wo ich bin. Ganz am Anfang wieder. Dann sollte ich vielleicht wieder zurückgehen. Komm, Jackie, renn. Hier ist definitiv nirgends sowas. So, vielleicht in diesen Raum bleiben. Oh, okay. Ich hatte ja jetzt vermutet, dass hier irgendwas halb versteckt ist. Und das wäre wirklich ein bisschen unfair. So, wir müssen jetzt da rein. Okay. So, das war einfach nur hier. Okay. Das erklärt einiges. Okay. Ich hab irgendwelches Licht getroffen. So, wo ist der andere? Hier unten war er nicht. So, wo ist der andere? Hier unten war er nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Geh Probe, du muss denn. Dunkel, du musst du mich überishatzen. Ich versuchte dich. Da sitzt doch einfach nicht. Das war nicht. Oh, könntest du dir mal jetzt einen Platz aussuchen? Oh, jetzt weiß man, gib mir das Schwarze. Oh, ich würde auch das jetzt versuchen aber, guh. Oh, ich würde auch das jetzt versuchen aber guh. So, und man muss ja mal das weitere Relikt auftauchen, oder? So langsam sollte es das. So, wo lang da? Dann ist das Relikt hier bestimmt irgendwo. Und wenn nicht, wir haben sogar noch was Gutes diesmal. Hier ist ein Shopper, kein Relikt. Wir könnten uns aber dementsprechend hier was kaufen. Ich würde da ehrlich gesagt auch gerade nicht drunter springen, weil... ...weil... 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 ...oh guck mal, er schießt auf uns. Weil ich halt nicht weiß, ob das Relikt schon irgendwo war. Ich hab's aber auch definitiv bis jetzt nirgends gesehen, außer vielleicht hier in dieser Ecke. Da ist der auch nicht. Hm... ...weil ich auch ungern dann das ganze Level noch einmal machen wollen würden. Huuu... ...tutututututu... ...da ist das Relikt. Mich hab's gesehen. Okay. Okay. Wir können runter. Oh ey. Das war... Ach da. Natürlich ist da jetzt noch einer mit Licht drinnen. Genau, und jetzt kommt der mit Licht auch noch raus. Bedank... ...dich bei deinem Kamerad. Ich glaub, das könnte auch drinnen aufgeräumt haben. Tch. Hat es auch. Da ist das Relikt. Verdammt. Verdammt. STÖRBALLER. Damit haben wir alle Relikt. Yay. Okay. Okay, wie du willst. Ouch. Das tat wohl weh. Oh, hier oben könnten wir. Nicht dark, okay. Aber auf der anderen Seite. Nö. Komm mal genau an der selben Stelle. Moment. Nein, das reicht nicht. Okay. Das ist so, wie es immer macht, was die Weaken sind. Es macht dir Seepigs, nicht wahr? Du kannst es schwer oder einfach machen, Alter. Gib mir das Seiphen. Hahaha. Jackie. Du bist wirklich delusional, nicht wahr? Dieser Ort gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Eins. Vielleicht direkt am Anfang. Danke. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass jetzt ein Boss ansteht. So, was wäre denn das? Nee, das will ich nicht. Nicht. Wie spät haben wir es denn? Hm. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt schon und sehen uns mal wieder. Tschüss, tschüss. Ich weiß nicht, dass du das selbst 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 hassest. Du bist eine Zeit, wenn ich drei, glaube ich. Dann geht dir lieber.